Herzlich Willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 554. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei der Dennis, den wir auch manchmal Duke nennen. Ja, servus, hallo. Und der Marvin. Gude, den wir meistens machen. Marvin, hallo. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr das hier hört, dann habt ihr es geschafft. Die Sommerpause ist vorum, vorbei, vorum. Ich mit dem Reden, das glaubt schon. Vorum, genau. Wir starten in die große Saisonvorbereitung unserer 16. Bundesligasaison oder zwischenzeitlich gab es so ein paar Zweitligasaisons, die fassen wir jetzt einfach damit runter. Aber es ist Wahnsinn, wir gehen in die 16. Saison, meine Herren. Wow. Crazy. Das ist echt. 16. Saison so alt wie Dennis, also im Grunde, ja. Geistiges Alter. Ja, also in deiner Saufskalation, wenn du da noch manchmal am Start bist, habe ich genau das Gefühl, auf jeden Fall hat der Leber eines 16-Jährigen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, stimmt, auf jeden Fall noch, ja. Mal gucken, ob du das in dieser Saison wieder beweisen kannst. Aber natürlich die 16. Saison ist absolut absurd. Ich bin froh und ja, wirklich freue mich, dass wieder so viele Leute am Start sind und uns zuhören. In diese ganz spezielle Saison, glaube ich. Denn wir werden einige Veränderungen in den nächsten Wochen, Monaten noch feststellen und gleichzeitig große Ziele haben. Die Europa League, sie naht mit großen Schritten. Wir sind ja alle sehr, sehr gespannt auf diese Auslosung. Also René, ich glaube, da ist eine ganze Menge drin. In der Bundesliga bin ich dann auch mal gespannt. Aber wenn ich zum dritten Mal das Wort Spannung und gespannt sein benutze, glaube ich, dass wir das noch viel öfter nutzen, wenn wir diesen Podcast hier Woche für Woche wieder machen. Denn wir starten jetzt wieder richtig durch. So ist es. Ein paar Dinge sind allerdings gleich geblieben. Unter anderem, dass Marvin's Internet immer noch manchmal ein bisschen spazieren geht. Wenn wir hier aufnehmen, seht es uns nach. Und was auch noch gleich geblieben ist, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir uns zu, sagen wir mal so 98, 99 Prozent durch euch da draußen hier finanzieren mit euren Spenden. Allerdings auch mit den Empfehlungen, die ihr weitergebt, sodass es uns mehr Leute hören und durch die Kommentare und uns auf Dinge hinweist, die wir hier erzählt haben, die irgendwie, ja, manchmal gut sind, manchmal vielleicht auch nicht so ganz so gut. Von daher freuen wir uns, wenn ihr auch in dieser Saison wieder dabei seid. Alle Informationen findet ihr, wie auch in der Vergangenheit, auf eintracht-podcast.de slash support. So, und jetzt gehen wir mal, wie Marvin gesagt hat, mit ganz viel Spannung in diese Saisonvorbereitung. Wir haben eine lange, lange Liste. Und ich würde jetzt einfach mal der Reihe nach durchgehen bei Dingen, die sich denn geändert haben oder wo es Dinge gibt, die wir besprechen müssen. Und ganz zuallererst, bevor wir mal auf den Spielerkader gucken, gab es so ein bisschen Veränderungen im Stuff der Eintracht. Erwin Bradasch hat die Eintracht als Co-Trainer auf eigenen Wunsch hin verlassen. Dafür hat man jetzt zwei neue Spieler oder zwei neue Co-Trainer mit an Bord. Einmal Xaver Zembrod, der so ein bisschen auch, ja, Erfahrung mitbringt. Und Jan Fieser, den man vielleicht noch kennen kann, der auch mal ein paar Jahre bei der Eintracht tatsächlich als Spieler unterwegs war. Die jetzt das Trainerteam, ja, verstärken, damit auch einen Mann größer geworden. Und ich habe mir die Frage gestellt, ist das jetzt dann auch gerade mit Xaver Zembrod diese, ja, erwartete oder von uns auch in der letzten Saison schon angesprochene, ja, ich würde es jetzt mal Seniorität im Trainerteam nennen. Das, was wir da ja im letzten Jahr immer so ein bisschen bemängelt haben, wo wir gesagt haben, ah, da wird so einer fehlen, der vielleicht auch mal so ein bisschen noch einen anderen Blick da drauf hat. Marvin, wie siehst du das denn? Also erst mal, ihr müsst mir Bescheid sagen, wenn das Internet wieder schlecht ist. Gerade geht's, hoffe ich, ne? Ja. Sehr gut, alles klar, ihr sagt mir Bescheid. Yes. Es ist, ne, ich wohne mitten in der Innenstadt von Frankfurt, Telekom und trotzdem gibt's manchmal Probleme. Aber ich finde, das ist eine sehr, sehr gute Lösung. Ich bin sehr froh, denn ich habe instant gemerkt, dass mehr Ruhe in dem Thema dran und drin war. Sobald Xaver Zembrod hier an den Main gekommen ist, habe ich ein gutes Gefühl gehabt. Wir müssen sehen, wie sich das im Praktischen auswirkt. Wir haben noch keine Profispiele von ihm an der Linie bei der Eintracht gesehen. Wir wissen aber, er ist ein ausgewiesener Experte. Das ist jemand, der mit Dino schon zusammengearbeitet hat. Dino hat sich auch, glaube ich, im Sommer nochmal neu die Zeit genommen, um sich selbst zu reflektieren, um selbst zu merken, okay, was kann ich, was muss ich verändern? Er strahlt selber so ein bisschen mehr Seniorität aus, ein bisschen älter, grauer geworden. Das kann ich auch absolut nachvollziehen. Er hat aber wieder Bock auf die Saison und ich glaube, das ist der absolut richtige Schritt, um genau das vorzubeugen oder dem vorzubeugen, was wir in der letzten Saison ja schon gesagt haben. Hol dir einen Co-Trainer, hol dir andere Impulse, bring mehr Sicherheit da rein. Ich glaube, das kann er mit diesem Staff jetzt auf jeden Fall reisen. Gerade weil du es auch angesprochen hast, die Reflexion. Er war ja dann auch im offiziellen Eintracht-Podcast und hat da sich ja auch nochmal ein paar Fragen gestellt zur vergangenen Saison. Ich fand schon, dass er da auch sehr selbstkritisch mit sich war und auch viele Dinge angesprochen hat und Dinge auch benannt hat, wo er sagt, okay, da müssen sich Dinge ändern. Also ich glaube, dass da einfach so dieses komplette Team an dieser Aufgabe nochmal weiter gereift ist. Umso mehr, so geht es zumindest mir, habe ich gerade Lust auf diese Saison. Wohlwissend, dass sie tough wird am Anfang, da sprechen wir gleich nochmal drüber, aber zumindest mir gibt es, wie du eben es auch richtig beschrieben hast, Marvin, ein ganz gutes Gefühl. Dennis, du hast dich ja glaube ich noch nicht so sehr mit dem ganzen Thema beschäftigt, aber wie geht es dir so gefühlstechnisch? Wie bist du gerade so drauf? Ja, es ist tatsächlich so. Ich habe mich wirklich sehr rausgenommen, aber ihr habt hier genau die richtigen Punkte nochmal mit aufgenommen, auch in die Agenda für heute. Denn viele Punkte, die wir auch immer wieder angesprochen haben, die auch offensichtlich dem gesamten Team aufgefallen sind, nicht nur uns, sondern auch intern bei der Eintracht. Das ist immer gut, wenn da eine Handlungsoption gefunden wurde, mit der wir zumindest auf den ersten Blick alle leben können, ob es sich gut entwickelt, wie es ist. Marvin hat es gesagt, wir haben es noch nicht gesehen, ob das gut funktioniert. Ein gutes Gefühl habe ich und für die ganze Saison. Genau das ist nämlich der Punkt jetzt am Anfang zu sagen, es wird an einigen Stellen gearbeitet. Man muss den Leuten auch wieder Zeit geben. Es ist einfach so, es wird nicht sofort alles funktionieren. Aber dass daran gearbeitet wird und dass man erkennt, dass Punkte, die offensichtlich vorher nicht optimal waren, jetzt versucht wird, zumindest etwas zu machen, gefällt mir, bin ich erstmal beruhigt. Und wie ihr sagt, ich muss jetzt auch erstmal in die Saison kommen und so geht es der Eintracht wahrscheinlich auch. Idealerweise geht es sehr schnell und dann sind wir alle zufrieden. Aber passt auf jeden Fall. Also bis jetzt gutes Gefühl und auch mit den, ja da kommen wir ja dann noch zu, Kader, Technik und so weiter, werden wir auch sicherlich noch ein bisschen mehr gleich drüber sprechen. Ja, also alles unter dem großen Motto vom Feeling her habe ich ein gutes Gefühl. Das passt, das passt, genau. Ja, da hast du es gerade eben schon angesprochen, Kader, dann lass uns doch auch direkt dahin gehen. Denn da hat sich nämlich durchaus das ein oder andere getan, beziehungsweise da steht auch noch so ein bisschen Gerüchte irgendwie im Raum. Oder ja, noch nicht bestätigte, aber quasi offizielle oder quasi durchgewunkene Wechsel. Fangen wir mal an, ich habe mir mal so eine kleine Liste gemacht. Bei den Zugängen haben wir die feste Verpflichtung von Hugo Etiquité, was wir ja schon wussten, aber jetzt eben auch offiziell. Robin Koch, der ja auch nur in der letzten Saison ausgeliehen ist, ist jetzt eben auch fest im Kader. Und dann geht es weiter. Wir haben Can Osun, der kommt für rund 11 Millionen oder kam für rund 11 Millionen vom 1. FC Nünenberg. Dann haben wir Christian Listisch, der für rund 4,5 Millionen aus der ungarischen Liga kommt. Ich sage jetzt extra den Namen des Vereins nicht, weil dann breche ich mir die Zunge. Dann haben wir Oskar Heulund, der für so 1 bis 1,5 Millionen vom FC Kopenhagen kam. Den Namen kennt man vielleicht, weil sein Bruder Rasmus Heulund spielt in der Premier League. Dann haben wir Rasmus Christensen, der kam per Laie von Leeds United. Aurel Amenda, den wir ja schon im Winter verpflichtet haben, aber dann an die Young Boys ausgeliehen haben, ist jetzt auch im Kader. Und als einer der Rückkehrer habe ich jetzt mal Igor Matanovic aufgeschrieben, der sich ja jetzt auch durchaus in der Vorbereitung gezeigt hat. Und der ja im letzten Jahr beim KSC durchaus das ein oder andere Törchen geschossen hat. Und wie wir ja aus der Vergangenheit wissen, Stürmer ist ja immer so ein Thema bei der Eintracht. Wir haben aber auch ein paar Abgänge zu verzeichnen. Da habe ich jetzt auch nur einige aufgeschrieben. Einmal Christian Jakic, der ja im letzten Jahr oder in der letzten Saison schon an den FC Augsburg ausgeliehen wurde, der jetzt fest dahin wechselt. Und Smolchic, der jetzt per Laie zum Lask erstmal gegangen ist. Jessic N. Gangkamp, der per Laie zu Hannover 96 geht. Paxton Aronson, der seinen Vertrag langfristig verlängert hat, ist per Laie zum FC Utrecht. Simon Simoni ist per Laie zum FC Ingolstadt und gestern ja dann offiziell verkündet. Philipp Max ist festgewechselt für eine Ablöse von rund einer Million zu Athen. So, da sind jetzt erstmal die festen Wechsel. Welcher von den Spielern, die jetzt, gucken wir mal auf die Verpflichtungen, hat euch denn am meisten gefreut? Oder auf wen davon freut ihr euch denn am meisten in der kommenden Saison? Marvin, du hast doch da bestimmt so einen Kandidaten. Gute Frage. Also irgendwie habe ich richtig, richtig Bock auf Can Osun. Also ich will da gar nicht zu viel reinhalten. Einheiten, das ist alles eine wackelige Angelegenheit mit Sicherheit. Aber der Junge hat Riesenpotenzial. Natürlich 11 Millionen, auch echt ein ordentliches Zimmchen, was da bezahlt wurde. Aber für einen 18-Jährigen, der in der Liga, in der zweiten Liga auch einfach schon oft getroffen hat, da erwarte ich mir schon ein bisschen was. Man muss aber so natürlich die Kirche im Dorf lassen. Mal schauen, in welcher Situation er sich dann am Ende befindet. Auch ohne Druck, weil ganz, ganz wichtig ist, Can Osun ist ein mega talentierter Spieler, aber der muss anders als ein Gangkamp in der letzten Saison weniger Druck bekommen, gleich funktionieren zu müssen. Ich glaube, das ist ganz, ganz essentiell. Hier muss man genauso darüber nachdenken, dass Osun seine Zeit bekommt, weil ein Gangkamp hat es bei uns schwer gehabt. Er hat dann auch nicht abgeliefert. Dementsprechend bin ich froh, dass er jetzt in Hannover ist, in der zweiten Liga und da vielleicht sich herantasten kann. Aber ansonsten glaube ich, Osun macht mir oder wird mir eine Menge Spaß machen, was der am Füßchen so hat. Das ist schon gut. Aber ja, wie du schon so richtig sagst, es ist ein verdammt junger Spieler und ich glaube, die Ausgangssituation bei ihm ist ein bisschen anders da als im Vergleich bei N. Gangkamp, weil wir halt jetzt auch durchaus noch ein paar Alternativen haben. Wie viele Alternativen dann am Ende des Tages noch da sind, da werden wir dann gleich nochmal drüber sprechen. Aber zumindest gibt es da an der Offensive Alternativen und es hängt da nicht so viel dran, wobei ein gewisser Druck natürlich immer dann schon da ist, weil er ja die Empfehlung aus der zweiten Liga mitbringt. Es ist zwar trotzdem immer noch ein Unterschied zwischen zweiter Liga und erster Liga, aber zumindest eine gewisse Erwartungshaltung ist da. Und 11 Millionen Ablöse geben ja auch immer so ein bisschen Erwartungshaltung dann quasi auch mit. Zumindest mittel- bis langfristig gesehen, dass dann da am Ende auch was draus wird. Aber wir haben ja gesehen oder wir wissen ja, dass es auch durchaus funktioniert, dass bei der Eintracht sich Spieler weiterentwickeln und ihren Marktwert nochmal steigern können. Aber ja, es ist auf jeden Fall ein guter Call. Dennis, wie sehr hast du dich denn mit dem Kader beschäftigt, beziehungsweise welcher von den Namen löst denn bei dir am meisten Vorfreude aus? Marvin hat das schon sehr gut gesagt. Can ist auf jeden Fall jemand, auf den freue ich mich. Ich muss auch sagen, ich bin mal gespannt, wie Amanda funktioniert dann bei uns. Ich denke, er wird Spielzeit bekommen, definitiv. Wir dürfen ja auch nie vergessen, wir spielen ja in drei Wettbewerben. Das wird also sicherlich da auch der Kader. Geht ja auch drum, ist er zu groß, ist er zu klein. Ich denke, hier werden schon viele Spieler auch Möglichkeiten bekommen, sich zu zeigen, Spielzeit zu bekommen. Und ja, im Endeffekt, ich bin auch mal gespannt, ob Manatovic hier eine gewisse Rolle einnehmen kann. Bin da aber etwas zurückhaltend. Das wäre für mich jetzt so ein Bonus, wenn er wirklich einigermaßen diese Leistung, die er in Ansätzen, ja sozusagen nicht nur in Ansätzen, sondern was er gezeigt hat, eben etwas unterklassig. Aber da kann man auch schon Spaß dran haben und wird auch sicherlich seine Spielzeit bekommen. Ich hoffe einfach, dass alle, ja, in funktionierendes System, ich finde immer schön, wenn Basti, das ist ja auch so ein Klassiker, den er sagt am Ende, wenn das System passt und die Spieler sich wohlfühlen und es in einen gewissen Hype reinkommt, glaube ich, haben wir hier große Freude dran an allen Spielern, die wir da geholt haben, können ihre Zeit dann auch bekommen. Das ist eigentlich das Wichtige. Matanovic natürlich, ja, aber das ist ja sehr lustig. Kleine Verspreche da, denn das Manatovic finde ich auch super. Ja, 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 sorry, 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 sorry. Nee, ach Quatsch, das ist doch alles überhaupt kein Drama, wie oft wir uns hier verhaspeln manchmal. Aber ich finde Manatovic einfach echt total gut, also Rogi Manatovic. Am Ende ist es tatsächlich so, dass du sprichst ja einen richtig guten, spannenden Spieler an, denn Matanovic ist ja ein Spieler, der natürlich in den letzten Jahren in der zweiten Liga gereift ist. Was auch ein smarter Move der Eintracht war, muss man mal sagen. Gekauft und trotzdem bei St. Pauli gelassen, dann weiterverliehen zum KSC, dort weggebombt und alles gemacht, was irgendwie möglich war. Dann sogar in den Kader berufen worden, der kroatischen Nationalmannschaft, zumindest in den vorläufigen zur EM. Das hat dann am Ende nicht gereicht, aber trotzdem, das ist für jemanden, der aus der zweiten Liga kommt, schon ein absolutes Holler-die-Waldfeld-Zeichen. Also wirklich ein sehr, sehr gutes, ich glaube, Matanovic mit seinen 1,94 Meter, der kann uns Spaß machen. Und das ist ein Spieler, der wird seine Einsatzzeit bekommen, da bin ich ganz, ganz hier. Gerade wenn wir halt mal so viele Spiele machen, wir sind in der Europa League, wir sind im DFB-Pokal, da werden wir ins Finale kommen. Dann hast du die deutsche Meisterschaft mitspielen. Du hast sehr, sehr viele Spiele, klar, Europa League werden auch mehr Spiele, allein in der normalen Vorrunde. Und das heißt, also da ist viel möglich und ich glaube, Matanovic wird diese Zeit bekommen und wird uns viel Freude machen. Klar kommt es auf das Konzept drauf an, darüber werden wir ja in den nächsten Wochen auch noch vermehrt sprechen. Was ist genau das System, was die Eintracht spielt, worauf läuft es hinaus? Wir haben dann in ein paar Wochen, ist auch schon das erste richtig wichtige Spiel gegen die Eintracht aus Braunschweig. DFB-Pokal, erste Runde, da geht es schon richtig rund. Matanovic kennt aber diese Mannschaft auch vielleicht etwas, was uns dann auf jeden Fall helfen kann. Also ich glaube, da sind viele Parameter, die auf jeden Fall interessant sind, auch eventuell stimmen können. Aber René, du hast deinen Lieblingsspieler oder deine Lieblingsneuerwerbung noch nicht genannt. Dementsprechend, hau raus. Ja, ihr sprecht quasi die ganze Zeit schon. Also ich freue mich am meisten tatsächlich auf Igor Matanovic, weil ich finde, dass er genau dieser Charakter ist, oder dieser Spielertyp, der uns gefehlt hat. Wir hatten jetzt schon mit Mamouche und Ekiteke und aber auch mit Shaibi so diese quirligen, diese Sprintertypen, die sie vielleicht auch mal irgendwie da noch irgendwie in den Spieler aussteigen lassen. Aber was wir halt noch nicht hatten, ist so diesen klassischen Zielspieler, diesen Brecher, der halt einfach da vorne drin steht. Und das ist halt, da finde ich halt echt, Matanovic ist genau dieser Charakter. Und ich bin mal gespannt, wie Dino es schafft, ihn da einzubauen und wie das System dann um ihn rum ist. Weil ich glaube, das im Zusammenspiel mit zum Beispiel einem Hugo Ekiteke und einem Götze vielleicht dahinter oder einem Usun dahinter, das könnte schon einfach auch richtig, richtig geil werden. Und wie du schon richtig gesagt hast, ich finde, er ist gereift. Ich hatte mir auch seine Antrittspressekonferenz angehört und ich fand ihn da sehr, sehr reif, trotz seines jungen Alters sehr realistisch, der aber auch, wo du so in dem einen oder anderen Formulierung gemerkt hast, schon irgendwie Bock hat, aber auch weiß, was er halt einfach mitbringt. Also das fand ich sehr, sehr spannend. Also da habe ich richtig, richtig Lust drauf. Aber man kann natürlich jetzt auch alle anderen da jetzt nicht irgendwie vergessen, da sind einfach wahnsinnig viele Spieler drin, wo es einfach auch interessant wird, zu sehen, wie die in dieses System irgendwie dann reinpassen und wie das System überhaupt aussehen wird. Also bislang hat sich ja auch Dino in den Vorbereitungsspielen überhaupt nicht irgendwie da festgelegt, war da ja sehr flexibel auch, was das System angeht. Und da bin ich mal gespannt, was dann da passiert. Genau, ganz wichtige Sache noch, weil wir haben ja eine Problemstelle, die wir jedes Jahr wieder besprechen und wir ungefähr 100 Spieler da schon ausprobiert haben und nie den richtigen jetzt, zumindest die letzten Saisons gefunden haben, mit der rechten Verteidigerposition oder der rechten Außenseite, sage ich jetzt mal. Da ist ja immer auch so ein Thema, ob Christensen, das ist tatsächlich noch was, weil wir ja gesagt haben, okay, er kommt jetzt erst mal nur per Laie und so weiter. Denke ich, könnte aber schon auch ein Interesse, das ist für mich eine interessante Position. Das ist jetzt nicht der Spieler, wo ich mich, deshalb war vielleicht die Frage dann von mir etwas zu einfach und ihn da komplett übergangen, ist für mich definitiv auch ein ganz interessanter Spieler, weil ich natürlich mir erhoffe, dass wir auf dieser Position vielleicht mal einen Spieler bekommen, der sich so festsetzt, dass gar keine Frage mehr ist, wer spielt auf der rechten Seite oder auf der rechten Verteidigerseite. Das würde ich ihm gönnen. Mal schauen. Aber bin ich eher gespannt, als dass ich mich jetzt sofort darauf freue, ihn zu sagen. Also er ist auf jeden Fall ein spannender Spieler, wie du schon das richtig ansprichst. Es ist eine Position, wo wir ja immer so ein bisschen unsicher waren, aber er hat eine gewisse Erfahrung. Ich meine, er kommt aus der Premier League, er hat einiges an Spielen irgendwie gemacht. Er hat allerdings halt auch generell schon in anderen Ligen, ich meine, er kommt ja in der österreichischen Bundesliga, war unterwegs bei Salzburg, wenn ich mich nicht vertue. In Rom hat er, glaube ich, auch gespielt. Also der hat durchaus Erfahrung. Der ist aber auch ein ganz schöner, der ist ein ganz schöner Brecher, aber auch dafür gar nicht so langsam, wie man vielleicht meinen würde. Also ich glaube, der bringt auch nochmal so eine ganz andere, eine ganz andere Härte auch in diese Innenverteidigung oder generell in die Verteidigung rein. Ich glaube, er hat auch nicht ganz umsonst die ehemalige Hinti-Rückennummer bekommen, weil er doch auch ja in Zweikämpfen und Grätschen durchaus, sagen wir mal, mit einem gewissen Selbstvertrauen da reingeht, was er sich auch irgendwie zugestehen kann. Also es wird auf jeden Fall interessant. Und was ich auch bei ihm charmant finde, er ist jetzt auch nicht so unbeteiligt, was Tore angeht. Also meine Hoffnung, dass es vielleicht dann doch Tore nach Standardsituationen, in Klammern-Ecken, geben könnte, gerade auch mit den wuchtigen, großen Spielern, die wir jetzt im Kader haben. Sie steigt. Werden wir sehen, auf jeden Fall. Durchaus. Aber ich glaube, es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Option, die wir da jetzt auf der Rechtsverteidigerposition haben. Definitiv ein sehr guter Transfer. Das muss man sagen, dass das möglich war, dass das per Laie möglich war. Sprich dafür, dass man sich das länger angeguckt hat. Ja, du sprichst an, er war in Österreich, hat mehrere Meisterschaften im RW Salzburg geholt. Ist tatsächlich auch jemand, der auch der deutschen Sprache mächtig ist, was natürlich in diesem Defensivverbund auch nicht komplett unwichtig ist. Er kann zur Not auch auf der linken Verteidigungsseite spielen, ist aber da, wie gesagt, trotzdem eigentlich ein rechter Schienenspieler, rechter Verteidiger. Und dementsprechend auf jeden Fall eine sehr, sehr, ja, verheißungsvolle Nummer. Und ich hoffe tatsächlich, dass er im Ansatz zumindest das halten kann, was er verspricht. Denn wir haben halt keine Kontinuität gefunden auf der Rechtsverteidigerposition. Butor ist immer ein Spieler, der mal richtig gut gespielt hat und dann für längere Zeit auch mal wieder, ja, nicht die Konstanz bewiesen hat, die wir uns erhofft haben. Klar, hängt natürlich aber auch damit zusammen, wie läuft es denn überhaupt? Wer mit einer Viererkette spielen? Wird dann beispielsweise auf der Linksverteidigerposition ein Wechsel zwischen Braun und Kunku? Und auf der rechten hast du dann Christensen. Alles möglich, dann brauchst du noch zwei Innenverteidiger. Da wird dann überlegt, wir müssen ja gleich auch noch über die potenziellen Abgänge dann sprechen. Das ist ja potenziell ein Innenverteidiger, der vielleicht gehen könnte, Koch dürfte gesetzt sein. Also da ist einiges, aber ganz klar ist Rasmus Christensen, super Laie, gut, dass man es probiert hat. Und ich hoffe, dass das gelingt. Mit 27 Jahren auf jeden Fall ein wacher Kandidat. Ja, und drückt damit auch den Altersschnitt unseres Kaders doch gewaltig nach oben, der aktuell bei 23,3 Jahren liegt. Das ist schon auch, ich glaube, wir haben, haben wir den jüngsten Kader in der aktuellen, oder in der jetzt dann beginnenden Bundesliga-Saison? Ich glaube, ja, ne? Puh, gute Frage. Zumindest einen der Jüngsten. Wenn wir nicht ganz vorne sind, dann sind wir zumindest irgendwie unter den Top 3, glaube ich. Das ist natürlich auch nochmal so die Frage, wie groß ist das Risiko, dadurch, dass du natürlich sehr viele junge und vielleicht noch nicht ganz so erfahrene Spieler hast, wie groß ist da das Risiko, beziehungsweise wie wichtig sind dann tatsächlich solche, ja in Anführungszeichen, Führungskarakter in der Mannschaft, um da auch den Laden am Laufen zu halten. Das war ja auch so ein Thema, was wir in der letzten Saison immer wieder bemängelt haben. Da ist es dann, glaube ich, auch ganz gut, wenn du so einen erfahrenen Spieler wie Christensen einfach da dann noch mit dabei hast. Auf jeden Fall, ja. Guter Punkt. Gibt es denn außer der Rechtsverteidiger-Position, die ja jetzt quasi Dennis als gelöst klassifiziert hat, seht ihr denn sonst an bestimmten Positionen noch Nachholbedarf? Gibt es noch so irgendeine Position, wo ihr sagen würdet, so ah, da sind wir ein bisschen dünn besetzt, oder da fehlt uns eigentlich noch exakt der Spieler, den ich da gerne sehen wollen würde? Habt ihr da noch was auf dem Zettel? Ja, also ich trage so ein paar Schwierigkeiten grundsätzlicher Natur schon mit mir rum, dadurch, dass wir halt mit Rode einen unfassbar wichtigen Spieler verloren haben, aber eher von der, naja, von der Mentalität, auch von Hasebe. Die beiden werden natürlich krass fehlen. Die Positionen sind nominell eigentlich gut besetzt mit Larsson, der das auf jeden Fall auch spielen soll. Ich finde, Larsson muss gesetzt sein. Da bin ich ganz ehrlich. Das ist für mich der Spieler, den ich auf jeden Fall immer stellen wollen würde. Bei anderen bin ich halt unsicher. Da kann man sagen, ja, Skiri wird bestimmt eine bessere zweite Saison haben. Habt da momentan noch nicht das Vertrauen drin, muss ich ganz ehrlich sagen. Und natürlich hast du dann die Option, mit Götze ein bisschen defensiver einsetzen kann. Ja, aber für mich, um mein Gefühl zu beruhigen, wäre es halt schon gut gewesen zu sagen, wir gucken und sie haben auch geguckt. Das ist doch ganz klar. Sie haben geguckt, was ist möglich. Sie wollten mit Pascal Groß genau jemanden verpflichten, der irgendwie eine integrative Funktion hat, ein Nationalspieler ist, dementsprechend auch irgendwie für andere nochmal ein Zielspieler ist. Es hat nicht geklappt. Die Parameter haben da nicht gestimmt. Der BVB ist großartig interessiert gewesen, hat dann den Vorzug bekommen. Das kann ich alles nachvollziehen. Ich glaube, die Eintracht ist da sehr am Suchen. Aber irgendjemand, der mit schon einem gesetzteren Alter in Frankfurt unterwegs wäre, deutsche Sprache spricht, über eine exceptionelle Qualität verfügt, das wäre schon sehr, sehr gut gewesen. Hattenstand jetzt nicht, ist verkraftbar, wäre trotzdem gut für den einen oder anderen Akzent, den man noch setzen könnte. Aber das fehlt mir. Ansonsten muss ich sagen, bin ich so erstmal fein. Wir haben zwei Positionen, über die wir perspektivisch reden müssen. Wir müssen perspektivisch darüber reden, wen bauen wir als Torhüter hinter Kevin Trapp auf, der 34 ist und bei dem irgendwann mal schon ein Wechsel anzudenken ist. Also das heißt, dass er irgendwann mal aus dem Tor rausgeht. Da müssen wir die nächsten zwei Jahre auf jeden Fall drüber nachdenken. Und ansonsten, in der näheren Zukunft ist für mich die Frage, bleibt es bei dieser Endverteidigung und wechselt wir den Pacho? Weil wenn das der Fall ist, muss da natürlich nochmal was getan werden. Ja, zur Pacho kommen wir dann gleich nochmal. Ja, defensives Mittelfeld, was du angesprochen hast, ist definitiv auch aus meiner Sicht ein Thema. Weil ja, Larsson muss gesetzt sein, aber du musst natürlich auch bedenken, Larsson geht jetzt in seine zweite Bundesliga-Saison. Der Typ ist 20. Der kann halt auch locker einfach auch mal wieder so ein, zwei Wochen drin haben, wo es halt gerade einfach nicht läuft. Ja, und dann brauchst du dann auch jemanden, den du ums Waffelsfall dann ersatztechnisch da hinstellen kannst. Und wenn du dann da nur einen Skiri und einen Götze irgendwie hast oder halt perspektivisch den Kollegen Heulund, der aber auch eben noch verdammt jung ist, dann könnte es tatsächlich ein bisschen dünn werden. Da ist dann vielleicht aber auch tatsächlich die Frage, wer geht denn noch? Womit kannst du die Kasse nochmal ein bisschen voll machen, um da noch den ein oder anderen Spieler zu verpflichten? Weil Stand jetzt ist der Kader mit, ich glaube, 35, 36 Spielern, auch gerade trotz dessen, dass wir in drei Wettbewerben sind, durchaus gut gefüllt. Ja, auf jeden Fall bin ich voll bei euch. Gut, mit der zentralen Mittelfeldposition oder defensives Mittelfeld bin ich voll bei euch. Das gefällt mir leider auch noch nicht so recht. Ich hatte mich vor ein, zwei Wochen aber auch da zu dem Thema schon mal unterhalten. Dann wurde immer wieder eingeworfen, na ja, du hast ja noch so Leute wie Ebimbe, der auch da spielen kann, der im Endeffekt da aushelfen kann. Das sind aber für mich alles, oder ihr habt es gerade schon gesagt, Götze, der dann wieder nach hinten gezogen wird. Ja, das funktioniert zwar irgendwie, aber so wirklich als, na ja, ich sage mal, eine A-Lösung ist das meiner Meinung nach nicht. Und ja, Larsson ist ein super Spieler, aber es darf natürlich auch bloß toi 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 nichts passieren, keine Verletzungen etc. Skiri hat leider auch wirklich Probleme gehabt, nachdem er nach der Winterpause wiederkam. Das war, fand ich auch, Marvin, du hast es glaube ich schon angesprochen, ist seiner Form eigentlich durchgehend dann hinterher gelaufen. Also es ist schwierig. Ich muss sagen, schade, dass wir da wirklich nichts mehr Näheres auch gehört haben. Das war jetzt im Endeffekt perspektivisch, muss ich auch wirklich sagen. Die Frage wäre an der Stelle, wäre dennoch zur Verfügung gewesen. Ein paar große Namen hat man gehört, die sich dann nicht haben realisieren lassen. Und wollte man dann einfach nicht sinnlos den Kader vollmachen, mit, in sinnlosen Anführungszeichen, mit jemandem, der eben wieder nur perspektivisch hätte helfen können. Oder wollte man hier im Endeffekt jetzt wirklich sagen, wir vertrauen auf das Personal und arbeiten eben mit diesen, ja, ich sage jetzt mal, B-Lösungen wie Ebimbo und Co. Bin ich auch etwas überfragt. Hat mich auch gewundert, dass die Thematik dann leider jetzt so im Sande verlaufen ist, so ein bisschen. Aber das ist für mich auch wirklich noch eine Schlüsselstelle. Vorne das Einzige, was ich noch, das Punkt, den ihr noch nicht genannt hattet, war mit Mammusch, wäre natürlich auch, falls er wirklich noch gehen sollte oder generell Absichten haben sollte, ob nun relativ kurzfristig oder in der etwas mittelfristigeren Sicht, dann ist klar, dass wir natürlich da auch nochmal nachlegen müssten. Da wird es dann vorne auch schon wieder sehr eng. Meiner Meinung nach. Ja, können wir gleich nochmal drauf eingehen. Ich wurde gerade nochmal auf einen Punkt, weil du gesagt hast von wegen Verletzung. Ich glaube, Verletzung ist noch nicht mal unbedingt das, aber Marvin hat das angesprochen. Wir haben eben auch einfach mehr Spiele in der Euroleague. Also du musst natürlich da auch belastungssteuerungstechnisch unterwegs sein. Wir haben halt zwischen Ende September und Januar in der Euroleague acht Ligaspiele, die da drin sind. Das heißt, du hast halt permanent englische Wochen und dann, wenn keine englischen Wochen sind, ist entweder Winterpause oder es ist irgendwie hier, sag schon, Nationalmannschaft. Nationalmannschaft, danke. Das war das Wort, was mir gerade nicht einfiel. Da hast du auch wieder so einen zweiwöchigen Block im Oktober klassischerweise drin. Da brauchst du halt auch einfach Spieler, die durchrotieren. Und wenn du halt ein defensives Mittelfeld oder so diesen Box-to-Box-Spieler hast, der halt auch permanent irgendwie von links nach rechts und von oben nach unten rennt, wenn du das irgendwie drei Monate am Stück irgendwie durchziehen musst, drei Spieltage die Woche, das wird halt schon anspruchsvoll. Also allein deswegen müsste es wahrscheinlich da einfach nochmal so ein bisschen was geben. Aber weil du es gerade eben angesprochen hast, Mamouj, das wäre nämlich auch noch so eine Frage, die ich auf dem Zettel habe. Nach meinem Verständnis gibt es jetzt kein konkretes Angebot, aber man ist zumindest, sagen wir mal, von allen Parteien her offen für potenzielle Angebote. Also weder von der Eintracht gab es da ein klares Nein. Und die Aussage von Mamouj in seinem Interview, war das in der FR oder in der FAZ? Ich weiß es gerade genau. FAZ. FAZ, danke. War ja jetzt ja auch eher offen. Das heißt, wenn da jetzt irgendwie der Premier League-Klub um die Ecke kommt, die jetzt sagen von wegen, naja, 30 Millionen für den Füllkrug war uns jetzt vielleicht irgendwie nicht so das Richtige, aber weiß ich nicht, 40 Millionen für den Mamouj würden wir jetzt bezahlen. Seht ihr wirklich den Bedarf, da nachzulegen? Oder glaubt ihr, wir sind mit einem Eketike, mit einem Matanovic, mit einem Usun, mit einem Chaiibi, sind wir da offensiv ausreichend gut aufgestellt? Ich bin ganz ehrlich, ich würde da schon nochmal versuchen, nachzubessern, auch wenn ich das gar nicht gesehen habe. Also ich sehe weiterhin gar nicht die Notwendigkeit, dass Mamouj überhaupt gehen muss. Natürlich kann ich, ich kann alles verstehen, wenn du sehr, sehr viel Geld bekommst und sagst, das ist für ihn eine tolle Sache, für die Eintracht eine finanzielle gute Sache, dann kann ich das nachvollziehen. Also es gibt finanzielle Gesichtspunkte, die dafür sprechen. Alles in Ordnung, da bin ich, wer dich gar nicht will, gar nicht. Aber es wäre nicht optimal, es würde wieder in der Offensive Dinge durcheinander bringen und es wäre schon so, dass du dann nachbessern musst. Das denke ich nämlich schon, denn na klar, Eketike ist da und wird funktionieren. Ich glaube auch, dass Matanovic seine Spiele macht, aber das ist ja genau der Punkt. Das heißt, wenn Mamouj weg ist, muss automatisch Matanovic mehr spielen und das heißt, er hat weniger Ruhe, um reinzukommen. Natürlich kann man sagen, ja klar, Can Usun hat ja natürlich auch die Möglichkeit, weiter vorne zu spielen. Das ist richtig, der ist aber ein offensiver Mittelfeldspieler. Also muss ich vielleicht dann doch sagen, nee, gebt dem doch erstmal diese Position, die er eigentlich inne hat. Lasst ihn dort spielen und nehmt, wenn Oma Mamouj geht, jemanden als verpflichtet war oder verpflichtet, der vielleicht nicht genau die Qualität hat. Natürlich wäre es immer schön, genau die Qualität zu ersetzen, aber der das Potenzial hat, da reinzuwachsen. Vielleicht Nummer schlechter ist, weil ich glaube, wenn du 40 Millionen bekommst, dann wissen das auch viele und wollen dann dich da noch ein bisschen abzocken. Also dementsprechend wird es schwierig, dann in Verhandlungen Stürmer nach unten zu drücken. Aber ich glaube, du müsstest auf jeden Fall nachbessern und du müsstest auch nachbessern und wissen, dass diese Person, die dann kommt, potenziell in der Bundesliga regelmäßig treffen kann. Ja, sehe ich genauso auf jeden Fall. Transferfenster schließt 30.08. war nicht, ne? Es ist genau so und zwar, ja, auch relativ spät. Ich weiß gar nicht sogar, ob das mittlerweile sogar um 20 Uhr ist. Also es ist auf jeden Fall recht spät. Ja, also da wird auf jeden Fall eine ganze Menge noch ins Land gehen. Am Freitag gegen 20 Uhr ist es, glaube ich, so, dass der Decke drauf ist. Ja, aber Abgänge richten sich ja dann immer nach dem Transferschluss der aufnehmenden Liga. Dann hast du ja wieder irgendwie, ich glaube, ich weiß nicht mehr, Premier League und Frankreich waren doch, glaube ich, sogar irgendwie bis 12 Uhr oder irgendwie sowas. Und die Saudis sind ja dann irgendwie drei Tage später. Das ist ja auch immer das Blöde. Ja, gut. Was soll ich dazu sagen? I don't give a fuck, ehrlich gesagt. Wir sollen machen, was wir wollen, ey. Das ist mir auch richtig scheißegal, diese operierten Clowns liegen, ey. Das ist so ein Netz. Wirklich, ja, dann sollen die zum St. Nimmerleins-Tag ihre Scheiß-Transfersituation schließen. Ist mir auch latt. Wenn da Leute weggehen, dann scheiße ich auch drauf. Also dann kannst du nichts. Das ist ja wie so eine künstliche Scheiß-Liga. Ich meine, wir arbeiten eh schon mit gewissen Problemen. Aber nee, ja, wie auch immer. Ja, aber du hast recht, gute Einwand von dir tatsächlich. Weil das kann sich dann immer noch nuanciert anders bestimmen. Ich gucke auch gerade mal, wann die genauen Transfer-Schlussphasen sind. Aber bei mir liegt 30. August 0 Uhr. Ligue 1 sogar erst am 1. September. Die haben noch zwei Tage länger, um 23 Uhr. Italien ist auch mit uns um 20 Uhr fertig. Und Spanien hat noch Transferfenster bis zum 2. September, den Montag. Also es ist Kuddelmuddel, wie man das sagt. Es ist Kuddelmuddel auf jeden Fall. Aber wenn ihr jetzt zum Beispiel nach Japan wechseln müsst, müsst ihr euch ein paar Tage früher bedulden. In Island ist es am 13.8. ist schon Schluss. Also für die Spieler, die nach Island wechseln wollen, hält euch. Ja, es ist nicht mehr viel Zeit. Wird es ja auch früher dunkel. Du musst auch früher Transferfenster zum. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, aber ich verstehe den Punkt. Klar, Mamouche hat jetzt keinen absoluten Grund zu wechseln. Und ich glaube auch nicht, dass er das von sich aus jetzt irgendwie forcieren würde oder offiziell da irgendwie gesagt hat, ich will aber. Aber was, glaube ich, relativ klar ist, sowohl für den Spieler als auch für den Verein, wenn da das nötige Handgeld auf den Tisch gelegt wird, dann sind wir nach wie vor ein Verein, der dann so Angebote annehmen wird, vielleicht sogar annehmen muss. Es ist halt einfach das Konzept der Eintracht, Spieler besser zu machen und sie für einen deutlichen Mehrwert dann am Ende zu verkaufen. Ist auch tatsächlich das Konzept der Eintracht. Und genau, was du sagst, hast du ja vollkommen recht, aber es ist natürlich auch der Wille der einzelnen Parteien. Also ich meine, da sitzt mit Krösche jemand, genauso auch mit ein paar anderen, die schon ganz gern so einen Plus dann auch sehen und wahrscheinlich gibt es auch wirtschaftliche Zwänge, die das dann dementsprechend auch forcieren. Ja. Schauen wir mal. Ja, und den anderen Kandidaten, der eben, ich sag mal, wenn man jetzt auf den Kader guckt und Leon schreibt es gerade im Chat, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr könnt übrigens, wenn wir aufnehmen, gibt es einen Livestream und es gibt einen Chat, da könnt ihr euch auch mit dran beteiligen. Und da schreibt eben der Leon auch gerade, das ist, wenn man mal so auf den Kader guckt, wahrscheinlich nur eine kleine Anzahl von Spielern gibt, wo man überhaupt so diese, ja, unboralischen Angebote in Anführungszeichen bekommen könnte. Mamouche ist definitiv einer davon. Und der andere, wo es sich ja jetzt irgendwie, ja, so mehr oder weniger in trockenen Tüchern wahrscheinlich befinden wird, ist eben William Pacho, der, so sagt man, für so rund 40 bis 45 Millionen, also relativ zeitnah, zu Paris wechseln könnte. Also zumindestens, er hat zwar, glaube ich, heute noch offiziell mit der Eintracht trainiert, aber was so, ja, in den einschlägigen Social Media zu lesen war, ist, dass jetzt nur noch Medizincheck und formale Unterschrift irgendwie fehlt. Dann könnte es da relativ schnell gehen und dann könnte es aber auch da relativ schnell mit einem Ersatz, schon wieder in die andere Richtung gehen, nämlich Koliarakis von Paok Saloniki, der könnte potenziell der Nachfolger werden. Also da könnte es jetzt zum Wechsel kommen und du hattest es vorhin ja schon so schön angesprochen. Marvin, wie sieht denn dann unsere Innenverteidigung aus in der kommenden Saison? Weil das Duo Koch-Pacho oder das Trio mit Tuta wird es ja dann vielleicht eben nicht mehr. Ne, das kann dann gut sein, dass das halt eben nicht passiert. Koliarakis ist natürlich ein spannender Name, finde ich total interessant, denn die Eintracht war da schon sehr, sehr lange interessiert. Also es ist nicht so, als wäre das jetzt eine komplett neue Sache. Die Eintracht hat schon gewusst, okay, wenn da was passiert, dann ist er unser Go-To-Guy. Das finde ich also dementsprechend sehr schön und perspektivisch schon geplant. Wäre auch wieder geil, einen griechischen Nationalspieler in den eigenen Reihen zu haben. Also da, finde ich, trifft er ja eine große Legacy. Ich meine, ich erinnere an viele, viele Kyriakos als einer der absoluten Go-To-Guys, die wir uns mal gerne erinnern. Ja, was ein Brecher, was ein absoluter Tor-Barbare beziehungsweise Abwehr-Barbare. Manchmal hat er auch vorgemacht mit dem Kopf, logischerweise. Aber dann wird die Innenverteidigung dann so aussehen, dass Robin Koch logischerweise gesetzt ist. Ich glaube, dass die Sache mit Tutor, Tutor auf die 6 eher so eine Luftnummer ist. Ich glaube, man will ihn auf dem Transfermarkt variabler darstellen, als er tatsächlich ist. Ich habe immer noch das Gefühl, dass die Eintracht auch darüber nachdenkt, vielleicht einen Tutor mal gehen zu lassen. Dementsprechend wird da viel Geheimnis, bei dem ich nicht denke, dass da wirklich viel dran ist. Das heißt, Tutor würde sich dann wieder um den Kampf in der Innenverteidigung bereit machen und dann mit Kuliarikes auf jeden Fall ein Spieler, der dann das Potenzial hat, da reinzurutschen. Weil der ist Stammspieler in seiner Liga. Kuliarikes, sorry. Und wie gesagt, als Nationalspieler hat er einen Marktwert von 8 Millionen und wird auf jeden Fall jemand sein, der in der letzten Zeit ja auch in der Champions League gespielt hat. Also da geht auf jeden Fall was. Der kann direkt als Stammspieler reinwachsen. Übrigens, Dennis hat es angesprochen, vorhin den Spieler, ich glaube, bei Aurel Oman, da muss man ein wenig aufpassen. Ich glaube nicht, dass das sofort in diese Richtung geht. Das dauert noch eine Weile, hat aber natürlich das Potenzial. Und dann musst du natürlich überlegen, dass Dark Horse ist eigentlich jemand, der immer wieder gute Spiele gemacht hat und für mich fast ein bisschen zu sehr im Abseits steht, ist Nam D. Collins. Weil Nam D. Collins, wenn er gespielt hat, war er gut. Der ist auch erst 20. Der hat das Potenzial, den hast du mit dem Potenzial ja auch geholt. Warum nicht? Also da würde ein geiler, geiler Dreikampf auf sich warten. Ja, wobei, also Collins ist exakt der Name, der mir auch mit als erstes da jetzt gerade eingefallen oder in den Kopf kam, als du darüber gesprochen hast, der für mich wirklich so ein, ja, einfach auch so ein klassischer Nachwuchs-Innenverteidiger ist, auf den sehr viel Hoffnung gesetzt wird. Der braucht halt einfach Spielpraxis. Spielpraxis, das wäre für mich so ein klassischer Verleihkandidat, ganz ehrlich, weil der wirklich einfach durchspielen muss. Der braucht die, der braucht die Erfahrung. Der ist 20, der hat jetzt zweite Mannschaften und so weiter. Der wird, glaube ich, nicht regelmäßig Spielpraxis bei uns kriegen. So schade ich das finde, der wäre aber wirklich für mich so ein Kandidat, verleihen irgendwo, weiß ich nicht, zweite Liga-Stammspieler mit viel Erfahrung und dann zurück. Und dann wird das aber auf jeden Fall, kann das ein ganz großes, ganz großes Ding werden. Aber nichtsdestotrotz hätten wir dann, wenn das mit dem griechischen Ersatzmann klappt, wenn du Amanda hast, wenn du Koch hast, dann hast du auch schon eine ziemlich bullige Innenverteidigung da hinten drin. Also da ist auch keiner dabei, der dich jetzt so komplett unbeschadet an ihm vorbeiziehen lässt. Ja, also ist ein wichtiger Punkt. Man muss darüber nachdenken. Ich finde, du hast einige Spieler, die das Potenzial haben und sich weiterentwickeln können, aber sich weiterentwickeln müssen. Wenn du merkst, dass Collins zu weit zurückrückt, dann musst du ihn auf jeden Fall verleihen. Du musst mit einigen Spielern überlegen, was ist der nächste Schritt, wie kann es weitergehen. Ich glaube, dass beispielsweise Christian Lischtoch keinen Schnitt machen wird in dieser Saison. Der wird überhaupt keine Rolle spielen. Das heißt, verleih ihn. Der hat sich zuletzt bei seinem vorherigen Verein sogar schwer getan. Das heißt, finde einen Verein, der das Potenzial hat, wie der Holland, wie der Belgien, eventuell mittelprächtiger Erstlig ist, wo er sich Selbstvertrauen holen kann. Und dann lass ihn wieder zurückkommen. Das hat bei einigen schon gut funktioniert. Also genau, ich glaube, du musst so arbeiten. Anders geht es gar nicht. Bin ich voll bei dir, Marvin, auf jeden Fall. Besonders, wenn du natürlich so Positionen hast, die relativ gut auch besetzt sind, wird die Spielzeit natürlich immer weniger. Das ist ein Riesenproblem. Selbst wenn du, und das ist ja oft das Problem, du siehst es ja auch, die Option ist zwar da, wird aber nicht gewählt, weil es im Endeffekt doch zu weit weg ist von der Mannschaft. Das Leistungsniveau nicht ganz erfüllt werden kann. Also Laie finde ich gut, auf jeden Fall. Bin ich ein großer Freund von. Wobei wir ja auch sehen, es ist einfach schwierig, glaube ich, auch für die passenden Partner. Naja, ich sage jetzt mal, es muss ja irgendwie vom Niveau her passen. Und die Eintracht ist da schon, hat sich schon super weiterentwickelt und macht das auch mittlerweile richtig gut. Trotzdem, glaube ich, ist das auch eine Kunst für sich, da die richtigen Parameter zusammenzufügen. Damit er bei uns dann wieder, oft ist es ja dann so, naja gut, man einigt sich dann drauf, der Spieler bleibt da, wenn er dort funktioniert. Weiß ich nicht, muss mal schauen. Aber bin ich gespannt. Also es sind ein paar Optionen da. Ich habe nur Angst, auch so ein bisschen, dass du den Kader, ja, René, du hast es schon angesprochen, zu überfüllt hast mit Spielern, die uns aber nicht wirklich weiterbringen über die Saison hinweg. Deshalb bin ich auch da, ausmisten, ausmisten, ausmisten. Das ist schon richtig. Ja, also ich glaube, es gibt so ein paar Positionen, da kannst du es dir durchaus vorstellen oder auch erlauben, das Häufigeren mal zu wechseln. Innenverteidigung wäre für mich halt so ein Thema, du wirst jetzt nicht in jedem Spiel eine neue Innenverteidigung da einstellen. Da brauchst du auch eine gewisse Konstanz, was halt einfach eine sehr kritische Position ist. Du hast es gerade eben auch gesagt, da brauchst du auch so die richtigen Charaktere und Typen, die miteinander klarkommen, die halt dann auch sich aufeinander verlassen können, wo auch die Abläufe irgendwie stimmen. Da kannst du nicht einfach x-beliebig zwei Spiele irgendwie hinstellen, gucken, dass der eine mit dem rechten Fuß spielen kann, der andere mit dem linken und dann wird das schon laufen. Also das ist halt auch wichtig, dass da irgendwie das Zusammenspiel funktioniert. Genau. Da wirst du nicht ständig rotieren, auch wenn du halt Belastung hast, da wirst du halt dann durch müssen. Und das geht dann halt zu Lasten von den Charakteren oder von den Spielern, die wir im Kader haben, die halt Spielpraxis brauchen. Wie Marvin gesagt hat, wenn du halt einfach nicht siehst, dass dann langfristig da genügend Spielzeit zusammenkommt, dann ist die Laie da die beste Option. Wohl wissend, dass du dich halt aber auch nicht zu sehr da jetzt irgendwie einschränken kannst und wir am Ende dann wieder mit, weiß ich nicht, eher dem D-Charakter dann da irgendwie als Ersatz spielen müssen, wenn dann doch mal irgendwie einer mit einer gelben Karte zu viel unterwegs ist oder so. Da bin ich voll bei dir auf jeden Fall. Wir sind ja auch die Ersten, die wieder fluchen, wenn da ständig gewechselt wird. Gerade in den Grundkonstrukten der Innenverteidigung. Das ist ja langweilig. Ja, genau, genau. Nein, aber bin ich voll bei dir. Nur es bringt nichts, wenn du Spiele erhältst, nur weil der Kader ist voll. Es ist das Training. Wir kennen das ja alle, die Aussagen oft, dass ein Training auch definitiv mit so einem großen Kader auch dann ineffizient wird. Ja, genau. Dann musst du dir auch wieder überlegen, dann machst du wieder Trainingsgruppe 1, Trainingsgruppe 2, welche Botschaft vermittelst du damit, wenn du einen in Trainingsgruppe 2 steckst. Ja, also ist ja dann auch immer wieder so ein bisschen schwierig. Aber da, wir hatten es ja eingangs gesagt, mit dem veränderten Stuff und mit dem jetzt durchaus reflektierten Dino, glaube ich schon, dass man da einen sehr realistischen Blick auf das Thema dann auch hat. So, gehen wir mal von aus. Habt ihr sonst noch was zum Thema Kader? Habt ihr noch irgendwelche Gerüchte auf dem Zettel, die ich jetzt hier nicht erwähnt habe? Naja, also ich finde, also gehen wir jetzt davon aus, dass Pacho wechselt. Ich glaube, das kann man schon so festhalten. Ich glaube, für mich ist das Thema mehr oder weniger durch. Und dann ist halt nur die Frage, wie schnell kommt der Ersatz aus Griechenland, dass du jetzt die zwei Wochen Vorbereitung und vor allen Dingen die zwei Vorbereitungsspiele, die jetzt ja dann noch irgendwie anstehen, wo du vielleicht da schon irgendwie teilweise noch mitnehmen kannst. Wäre halt schon einfach gut. Also mal mindestens ein Vorbereitungsspiel, weil das eine ist ja jetzt am Mittwoch, also quasi morgen. Das wird, glaube ich, ein bisschen arg knapp. Nee, also bin ich vollkommen bei dir, ist tatsächlich genau der Punkt. Ich glaube auch, dass er gehen wird. Und das ist total super, weil das ist ja auch ein geiler Betrag. Wenn das wirklich mit den 40 Millionen stimmt, meine Güte, dann hast du alles richtig gemacht. Auch er hat sich noch mal neu positioniert und noch mal das Level höher gekommen. Die Eintracht hat auch gut an ihm verdient. Also ich glaube, es wäre für alle Seiten auf jeden Fall ein guter Deal. Ich glaube, dass die Eintracht, ich habe jetzt keine Gerüchte, aber ich glaube schon, dass die Eintracht trotzdem noch mal nachdenken sollte. Gibt es Möglichkeiten, im zentralen Mittelfeld noch mal was zu tun? Da würde ich auf jeden Fall den Blick noch mal Richtung Hoffenheim packen, denn da ist es tatsächlich so, da fällt ja gerade sehr, sehr viel auseinander. Da ist es ja beispielsweise so, dass der ehemalige Eintracht-Spieler auch Schweigler als Funktionär vielleicht auch den Verein dort verlässt. Da gibt es natürlich Spieler, die nehmen wir nicht bekommen können, wie in Anton Stach. Ich glaube, das wäre zu teuer, aber da gibt es auch in Grisha Brömel, der ebenfalls ein spannender Spieler ist, auch in Florian Grilic, ein defensiver Mittelfeldspieler, den finde ich immer noch interessant. Dann vielleicht ergibt sich dort was in diesem Bereich. Das würde ich sehr, sehr spannend finden. Ja, da muss man mal gucken. Vielleicht ist da ja wirklich noch mal was möglich. Ansonsten hoffe ich, dass die Eintracht gut auf Sicht fährt und dementsprechend keine komplett unerbelegten Abgänge noch tätigt, weil das wäre natürlich schwierig, weil man merkt schon, es passt jetzt alles ineinander. Ich bin sehr gespannt, was mit dem einen oder anderen Spielern noch passiert. Farid Ali, du bist wieder zurückgekommen von Köln. Ich hatte eigentlich gedacht, dass der irgendwie fest verpflichtet wird. Das ist dann nicht passiert. Was passiert jetzt mit Ali, du? Ali, du ist 23 Jahre, hat eine gute Runde eigentlich in Köln gespielt, trotz der Tatsache, dass die Kölner abgestiegen sind. Aber wo ordnet er sich ein? Ist das jetzt auch das Jahr, wo Baoya ähnliche Positionen jetzt zum Breakout-Spieler wird oder scheitert? Er hat ja jetzt bei Olympia ein bisschen gespielt. Bei Olympia haben ja andere Spieler, Pexin Aronson ja auch gespielt, die nicht mehr bei der Eintracht gerade sind beziehungsweise verliehen sind. Also da ist einiges da, aber das wird für einige auch jetzt die Saison Make-or-Break-Saison. Ich glaube, Hugo Larsson, der muss jetzt spielen, der muss durchbritualisiert werden, damit er dann auch wirklich auf dieses dauerhafte Niveau kommt, was er einige Male schon angedeutet hat. Und bei Oskar Heul, und du hast eben angesprochen, da kommt natürlich alles noch zu früh für ihn. Da müssen wir überlegen, ob wir den vielleicht, ich glaube, der ist kein Jahrhunderttalent wie Larsson, aber da müssen wir überlegen, was man mit ihm macht. Ob man sagt, man gibt ihm das Jahr bei der Eintracht oder ob man auch eine Laie veranstaltet. Da wird noch ein bisschen was passieren. Und ich glaube, wenn noch ein Spieler geht, dann wird es Junior Dina Ibimbe sein, der uns dann irgendwie verlassen wird Richtung Frankreich. Das ist irgendwie das Gefühl, was ich habe. That's it. Der von sich aus aber ja auch durchaus angedeutet, oder wohl, so wie ich es verstanden habe, auch ganz offiziell seinen Wechselwunsch beim Verein hinterlegt hat, was, ja, ich glaube, wir haben viel Hoffnung auf ihn gesetzt, aber ja, ich glaube, das ist jetzt, kann man jetzt nicht so pauschal sagen, aber im letzten Jahr dann auch mit den vielen unterschiedlichen Positionen, auf denen er gespielt hat und auch immer mit dieser wechselnden Konstanz in der, oder mit dem Wechsel in der Qualität, die dann da geliefert wurde, so richtig zufrieden wurde er jetzt einfach nicht. Man hat es jetzt über ein paar Jahre versucht und dann muss man auch so fair sein und sagen, okay, passt vielleicht einfach nicht. Und ich glaube, vom Spielerseite aus ist das eh nicht zu bewerten und dann würde ich dir dazu stimmen, dass das wahrscheinlich einer der Spieler ist, die jetzt noch gehen. Mein Wunsch oder meine Hoffnung ist einfach nur generell für dieses ganze Wechselthema, wir haben jetzt noch drei Wochen Transferfenster, in zwei Wochen fängt die Saison an, mach das doch jetzt bitte zeitnah und nicht wieder so auf den letzten Drücker. Da haben wir, sollten wir aus dem letzten Jahr gelernt haben, dass das keine gute Idee ist. Witzig ist nur, René, auch nochmal um deins aufzugreifen, da bin ich voll bei dir, du hast völlig recht, nur wenn wir hier drüber überlegen, dass das alles ja eigentlich noch Entwicklungsspieler sind, die sind 23 Jahre alt. Wenn ich mir anschaue, Ebimbe, was der schon an Spielen da abgerissen hat, natürlich mit unterschiedlichen Stärken, Schwächen und so weiter, aber der ist auch gerade mal 23, ein Ali Du mit 23 und die gehören eigentlich schon zum, ja, ich sage jetzt mal, du hast zuhin, glaube ich, das ist der Altersdurchschnitt dieser gesamten Gruppierung hier, also es sind sehr, 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 sehr viele, die noch deutlich jünger sind, wo du einfach merkst, wir können es natürlich auch bei manchen Spielen gar nicht erwarten, dass diese Kurve sofort, du musst ja heute fast sofort performen, Larsson ist so ein typisches Beispiel für mich, der kam, der ist jetzt drin und zweite Saison und jetzt muss der, jetzt gibt der Vollgas, 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 ja, auf jeden Fall, sehe ich auch, der hat eine Riesenentwicklung gemacht, aber das ist, ich weiß nicht, ob wir das ja an jeden dieser Spieler hier auch so als Maßstab setzen können, wird sicherlich der ein oder andere nochmal mehr Zeit brauchen, die Frage ist halt, hat man das im modernen Fußball noch und hat man das auch noch bei der Eintracht, wir haben ja jahrelang, erinnere ich mich, dass wir Spieler mitgeschliffen haben und eben dann, wo wir gesagt haben, hoffentlich kommt er jetzt mal, kommt er mal, kommt er mal, ist dann immer die Frage, mache ich lieber den harten Cut? Bei Ali Du, wir hatten ja über die Position vorhin mal kurz gesprochen, Bahouja, der ja auch im Endeffekt dann links außen spielen kann, es sind halt auch Situationen, wo man einfach schauen muss, kriegt er da auch wieder genug Spielzeit, kann er sich da entwickeln? Das ist wirklich schwierig, aber da will ich auch gar nicht jetzt zu tief reingehen, aber von der Thematik her, hast du es ja vorhin gesagt, es sind alles unglaublich junge Spieler, die sicherlich auch noch viel Potenzial haben, ob sie es bei der Eintracht überhaupt zeigen können, ich weiß nicht, ob sie die Zeit bekommen, das ist eigentlich das, weil ich glaube, die Kader sind gut besetzt. Ich glaube, die Situation ist trotzdem, also ja, es ist ein junger Kader und ich habe nochmal nachgeguckt, zumindest laut Transfermarkt.de hat die Eintracht den jüngsten Kader in der ganzen Bundesliga-Saison, sie hat aber allerdings auch nominell gerade eben mit Anzahl der Spieler den größten, ich glaube, der Unterschied ist, dass wir eine Menge junge Spieler haben, die aber jetzt dann auch schon Bundesliga- und Eintracht-Erfahrungen haben. Du hast Larson angesprochen, der ist jetzt in der zweiten Saison, du hast Nils Nkunku, der jetzt dann auch in seine zweite Saison geht, du hast Hugo Eketike, der ja auch noch relativ jung ist, du hast jetzt auch einen Knauf, der ja auch immer noch ein relativ junger Spieler ist, also da hast du ja schon auch noch die einen oder anderen, die zwar den Schnitt durchaus runterhalten, die aber ja auch Erfahrung haben und die schon in dem System gespielt haben. Ich glaube, das ist dann, musst du in diese Bewertung halt auch irgendwie mit einbinden. Auf jeden Fall. Ja. Ist Wahnsinn, was Knauf, guck mal, 22 Jahre alten, was der schon alles gespielt hat. Ja. Das ist so, als würde er seit 100 Jahren für die Eintracht spielen. Ja. Ist auch einer der wichtigsten Spieler. Also ich glaube, man sollte den nie auszählen. Das ist ein wichtiger Spieler, der in einer absoluten krassen Zeit kam, der schon einen Titel bei uns geholt hat. Boy, oh boy. Also ich glaube, da ist so viel drin. Ein geiler Spieler und jemand, der weiterhin auch einer unserer Zielspieler sein soll. Weil wenn wir immer über Spieler sprechen, die ein Gefühl für die Eintracht haben, die irgendwie, wie soll ich sagen, vielleicht auch Spieler sind, die die Eintracht irgendwie ein Stück weit ausmachen, dann würde ich ihn genau da schon sehen. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Und dementsprechend allein mit diesem Riesenerfolg, den er bei uns hatte, ich hoffe, dass er noch lange, lange bei uns bleibt. Ansgar Knauf. Geiler Typ. Ja. Ja. Also ist, glaube ich, auf jeden Fall ein super wichtiger Charakter für die Mannschaft allein, was so stimmungstechnisch und so weiter angeht. Ist aber eben auch mit seinen, trotz des jungen Alters, hat er schon einiges an Erfahrung gesammelt. Ist ein variabler Spieler. Also, wenn der seine Leistung weiterhin so konstant halten kann, kann ich mir durchaus, wie du das schon richtig beschrieben hast, vorstellen, dass der ein durchaus wichtiger Spieler für die Eintracht wird. Auch in dieser Saison wieder. Ja. Jetzt haben wir, die Vorbereitung ist quasi rum. Die Eintracht war zum Trainingslager in den USA, hat dort nach eigenen Aussagen ein Trainingslager vorgefunden mit den besten Voraussetzungen der Trainingslager in den letzten Jahren. Hat gleichzeitig es auch nochmal genutzt, um den Markt für sich, aber auch für den DFB auszubauen. Wie weit hast du denn die Vorbereitung bislang verfolgt, Marvin? Und was ist dir da besonders irgendwie aufgefallen? Oder gibt es da was, was dir besonders aufgefallen ist? Nee, ehrlich gesagt ist mir nichts Besonderes aufgefallen, außer, dass wir vielleicht noch kein festes Konzept haben, wie die Eintracht spielt. Ich glaube, da wird halt mal ein bisschen was getestet. Es wurde zuletzt über diese Viererkette gesprochen. Ansonsten ist es halt ein Trip gewesen, der natürlich für die Spieler, glaube ich, cool war, dass die Spieler in den USA ein paar andere Sachen gesehen haben. Du hast auch humoristische beziehungsweise Entertainment-Aspekte irgendwie da auch bemüht. Ich glaube, das war für Spieler immer eine tolle Reise, dann irgendwie in die USA zu fahren. Du hast, glaube ich, gute Trainingsbedingungen vorgefunden. Alles war sehr gastfreundlich. Ich glaube, das hilft tatsächlich. Aber der sportliche Wert daraus, der ist mit Sicherheit da, aber dennoch einigermaßen begrenzt. Also ich würde jetzt einfach davon ausgehen, dass das eine gute Vorbereitung ist. Das ist auch das, was man grundsätzlich hört. Alle scheinen im Großen und Ganzen durchaus zufrieden zu sein. Aber wo es jetzt wirklich knackt, ist jetzt die nächsten paar Wochen. Also wir haben morgen, keine Ahnung, wenn ihr das hört, ist es wahrscheinlich denn heute oder ansonsten habt ihr schon gesehen, dass das Spiel schon war. Erster kleiner Test gegen den FSV. Dann haben wir bald ein weiteres Testspiel, dann in Spanien. Und dann ist wirklich schon bald Crunch-Time. Und dann geht es gegen Braunschweig. Und da muss es funktionieren. Ja, du hast gar nicht mehr so viel Zeit. Also ich bin mal gespannt, ob wir in erste Richtung sehen, wie es gegen FSV läuft. Und dann auf jeden Fall wird es spannend, wie die Eintracht dann in Spanien spielt. Weil ich glaube, das könnte dann schon die Elf sein, die dann auch gegen Braunschweig aufs Feld geführt wird. Ja, ist, wie du schon richtig sagst, jetzt gar nicht mehr so weit weg. Also wenn ihr die Folge hört, sehr wahrscheinlich, dass das Spiel mehr oder weniger kurz vor der Tür steht. Das Testspiel gegen den FSV, die ja auch 125-jähriges Jubiläum haben, wenn ich das richtig verstanden habe. Dann morgen Abend und dann am Samstagabend, also auch jetzt nicht mehr so weit weg, spielen wir gegen Valencia. Und ja, eine Woche später fängt es dann mit den Pflichtspielen an, wie du gerade gesagt hast, gegen Eintracht Braunschweig, die ja mit der zweiten Liga jetzt auch seit dem vergangenen Wochenende am Arbeiten sind schon. Also die haben dann auch schon die ersten Pflichtspiele im Kalender hinter sich und sind so ein bisschen mehr im Rhythmus drin. Und dann wird es tatsächlich interessant, wie das dann ablaufen wird. Schauen wir mal. Dennis, was hast du denn von der Vorbereitung mitbekommen? Hast du da irgendwas mitbekommen oder bist du da wirklich komplett? Da bin ich fast komplett unbefleckt. Ich muss dir sagen, klar, so diese Headlines mit, ja, haben da gewonnen, haben da gewonnen. Aber wie ihr habt es ja schon richtig gesagt, so ein richtiger Maßstab oder ein richtiger Konzept, konnte ich da auch nicht rauslesen, konnte ich nichts erkennen. Ich denke, es war gut für den Vertrieb, fürs Marketing, um Bekannte, und Marvin sagt es, auch die Köpfe frei zu bekommen, war für alle lange Saison, wieder dann hier und zurück und jetzt fängt es gleich schon wieder an. Finde ich also schön, finde ich gut, ist auch wichtig, aber ansonsten, nee, ist mir sonst jetzt nichts irgendwie nahe getreten oder ist mir jemand nahe getreten, hat gesagt, hier hast du das mitbekommen mit der Eintracht, ach du, jene Vorbereitung, war ja der absolute Wahnsinn. und dementsprechend, nein, muss ich passen, tatsächlich. Ja, ist vielleicht auch manchmal ganz gut, wenn man sich in die Tage täglich damit beschäftigt. Ich glaube, es passt auch so, wie gesagt, also wir werden jetzt mal schauen, wie es jetzt mit dem Wechsel noch passiert, was noch passiert, ich bin sehr froh, dass der ein oder andere auch gewechselt ist und schon Akzente zeigt, wir haben ja jetzt bei den Abgängen ein paar, wo wir auch hoffen, dass sie stärker zurückkommen, wie Aaron, und ich hoffe tatsächlich auch, dass irgendein Gangkampf irgendwie in Hannover funktioniert, das wäre ja ganz toll, da würde ich mich echt drüber freuen, also da habe ich noch so ein bisschen Hoffnung, auch ganz spannend, darf man nicht vernachlässigen, wir haben ja einen relativ jungen Spieler jetzt erstmal leihweise abgegeben mit Nacho, der hat sogar schon ein Tor geschossen bei seinem Verein, also das sind auch Dinge, die schon so langsam funktionieren, da freue ich mich, der jetzt bei Kortrijk ist, also das könnte ja auch noch gut funktionieren, ich sei ja selber erst 19, ja, also da ist ein bisschen was dabei, aber für uns wird jetzt die nächsten, also ich glaube, die nächste Woche wird jetzt total entscheidend sein, die nächste Woche wird total entscheidend sein, wir gehen noch mehr Spieler, bleiben die am Ende, wer geht und wer kommt, und dann glaube ich, werden wir nach der, ja, ich glaube, dass wir dann nach Braunschweig schon eine erste ganz klare Entscheidung haben, wie es auch sein wird, wie dann Dino aufstellen wird, und ich hoffe, dass dann jeder topfit ist, das sagen viele Spiele, wie Kevin Trapp, auch ganz selbstkritisch, wir müssen wieder mehr an unser Leistungsniveau heranreichen, da weiß er auch, das hat er in der letzten Saison nicht dauerhaft erreicht, wir haben aber so viele geile Kicker, Nathaniel Brown verpflichtet, keine Ahnung, da kann auch was draus werden, pass mal auf, der Linksverteidiger, da muss Kunku sich echt warm anziehen, ja, du hast, du hast auf der Rechtsverteidigerposition, gute Leute, du hast im zentralen Mittelfeld ja grundsätzlich auch spannende Leute, du hast in der Offensive, selbst wenn Ibimbe weggeht, hast du Chaibi, du hast Usu, du hast Götze, meine Fresse, Baoya soll ja auch, müsste auch mal liefern, dann hast du Ansgar Gnauf, du hast immer noch Mahmouz, du hast Iketike, hey, du hast Matanovic, holy guacamole, da ist in der Offensive richtig was da und ich glaube, das kann uns alle Spaß machen, das muss es auch und dann wird es richtig geil. Ja, das klingt sehr gut, Marvin. Das ist, glaube ich, eine sehr gute Zusammenfassung, was die Vorbereitung und das Thema Kader zum Stand heute angeht und dann schauen wir mal auf die nächsten Wochen, die dann entscheidend werden. Aber ein Thema haben wir auf jeden Fall noch, über das wir sprechen müssen und das ist die Frage des Kleidungsstils. Dennis, wenn du nicht so viel von der Vorbereitung mitbekommen hast, dann hast du zumindest hoffentlich das Trikot mitbekommen und dann würde ich mich jetzt mal befragen, wie ist denn deine Meinung zum neuen Heimtrikot, was ja auch wieder so ein bisschen retro-technisch angelehnt ist an Trikots der früheren Jahre, in diesem Falle sagt man Trikots der späten 80er, frühen 90er Jahre. Was ist denn so deine Meinung zum neuen Heimtrikot? Oh, tatsächlich war ich nicht verliebt im ersten Blick. Also lieber auf den ersten Blick war es nicht. Ich muss es mir im Endeffekt, das ist für mich aber immer schwer in diesen Saisons, wo es so einen Schnitt gibt, wo mal wieder ein bisschen was Neues in Anführungszeichen vom Design her ausprobiert wird. Neues heißt er in dem Fall dann wieder alt. Also ich muss mich erst dran gewöhnen, ich muss es ein paar Mal im Spiel gesehen haben und dann will ich es garantiert auch wieder im Schrank hängen haben, wie alle anderen Trikots die letzten Saisons. Dementsprechend, ich habe mich nicht sofort verliebt da rein, aber es ist auf jeden Fall, ja, wie soll ich das denn sagen? Es ist definitiv nicht das hässlichste Trikot, was ich bei der Eintracht bisher gesehen habe. Trotzdem, ob es mein Favorit in der über der Saison hinweg wird, das glaube ich auch nicht. Wie ist denn bei euch? Ja, bei mir fällt es auch in die Kategorie gewöhnungsbedürftig. Also ich finde, es sieht besser aus, wenn man es im, wie soll ich jetzt sagen, im Spielbetrieb, also wenn man es am Mann sieht, dann wirkt es nochmal ein bisschen anders, aber es ist jetzt auch nicht mein, mein absoluter Favorit. Also ich habe jetzt nicht direkt, als es vorgestellt wurde, gesagt, jawohl, das muss ich mir direkt irgendwie kaufen. Das ist so, ja, gewöhnungsbedürftig beschreibt es wahrscheinlich am ehesten für mich. Marvin, wie sieht es denn bei dir aus? Ach, ich bin nicht so, ich finde es nicht so scheiße wie viele, muss ich sagen. Ich finde es so mittelmäßig, ich habe keine Aktien mehr drin, muss ich ehrlich sagen. Das ist irgendwie das letzte Trikot, was jetzt in Abstimmung mit Nike passiert, natürlich die letzte Trikotsaison. Ich finde das Ausweichtrikot tatsächlich ein bisschen besser, aber ich weiß nicht, ich finde es okay, wenn man es sich kauft. Es sieht an den meisten Leuten gar nicht so verkehrt aus. Ich habe auch sowieso nicht diese total harten Marlboro-Vibes, wie viele, aber ich finde es ist kein Burner. Mir fehlen so ein paar Geilheiten irgendwie. Es ist mittelmäßig. Ja, es fehlen so ein paar Akzente, wenn man so auf die letzten Jahre guckt, wo wir immer irgendwie so ein paar Akzente drin haben, die es irgendwie dann so besonders gemacht haben, das fehlt an der Stelle so ein bisschen irgendwie. Ja. Und das Ausweichtrikot, weil du es gerade eben schon angesprochen hast, ist ja mit sehr viel Orange, hat natürlich auch da sehr viel Erinnerung an vergangene Zeiten. Da sagst du, das sagt dir eher zu. Sorry, erst mal on mute. Ja, ich finde es total geil. Also dieses Orange ist total, ist genau mein Ding, ist total weird. Es ist ein absurdes Trikot, aber es sieht total geil aus. Also ich finde, es hat dann auch diese Reminiscenz an älteren Zeiten. Du hast ja eben gesagt, na klar sieht es ein bisschen aus wie Männer, aber ich finde es total geil. Ich muss auch mal die Müllmänner hier in Deutschland und auch mehr hypen tatsächlich. Also ich freue mich tatsächlich, dass es die gibt. Ja, also die machen einen geilen Job. Also insofern, wenn es ein Trikot für die gibt, nein, Spaß. Aber ich finde es total cool. Also mir gefällt es ganz gut. Ich finde es mal was anderes. Gehe ich mit, auf jeden Fall. Ist auch definitiv, das Auswärtstrikot ist ja noch nicht. Ist noch nicht Auswärtstrikot. Da mal schauen, was da kommt. Aber das Auswärtstrikot ist auch definitiv mein Favorit der bisherigen. Ja, ja. Sieht bei mir, sieht bei mir sehr ähnlich aus. Ich finde, ich weiß nicht, ob mir Orange steht, aber ich werde es definitiv versuchen. Also das ist, mach das. Das ist definitiv eins, wo ich sagen würde, da hätte ich schon irgendwie Bock, das, das zu kaufen. Das finde ich einfach nochmal so eine, so eine ganz andere Thematik, als jetzt das Heimtrikot oder vielleicht das Auswärtstrikot, wenn es dann offiziell vorgestellt ist. Das könnte auch noch was werden. Ja, ich meine, es sieht irgendwie einfach, es sieht einfach irgendwie spannend aus. Ich meine, die Eintracht hat ja immer wieder orangene Situationen bemüht. Es gibt das damalige Trikot, wir kennen das Orange Chaos, alle in Orange. Erinnere dich, als wir damals in Bordeaux waren. Alles mit Orange, auch geil. Also ich finde es cool. Ich meine, es ist auch, in den Einzelheiten ist es ganz nett. Ich glaube, perspektivisch will ich eigentlich noch mehr in Sachen Einzelheiten irgendwie wieder in die Trikots mit reinflechten. Aber es ist schon ganz cool, es ist was anderes und ich finde es tatsächlich ein bisschen besser als das andere aktuelle. Ja, bin ich bei euch. Eine Frage noch, gibt es auch noch eins für den europäischen? Oder ist es dann das nächste Ausweich? Das ist ja nichts, sondern es ist nochmal ein Extra-Trikot. Wird es mit Sicherheit noch was geben, war ja in der Vergangenheit auch ein Extra-Trikot, ist aber auch noch nichts bekannt. Würde ich aber von ausgehen, dass es da auch nochmal irgendwas geben könnte. War ja in der letzten Saison auch so. Ja, und eventuell ja auch, ich weiß gar nicht, letztes Jahr hatten wir ja auch ein Extra-Trikot für den DFB-Pokal. Das war aber nur anderer Sponsor. Kann sein, dass da dann auch wieder Änderungen sind, weil es dann anderen, Sponsor für das Thema gibt. Ja, müssen wir mal sehen. Aber wie gesagt, auch spannende Entwicklung. Das heißt, wir hatten jetzt nochmal diese, darüber haben wir gar nicht so wirklich gesprochen, das ist jetzt noch das letzte Nike, Sports 11 Nike Saison und dann geht es Richtung Adidas und spätestens das wird auch wieder mega spannend. Ich habe jetzt mal meinen Punkt gesetzt. Ich hatte ja dieses dieses Jahr Jubiläumstrikot, das fand ich total. Das war cool, ja. Das fand ich total schön, das ist total nice und da habe ich mir seit langer, langer Zeit mal wieder ein Trikot gekauft und wie ich mit dem Zirkel gebrochen habe. Habt ihr alle gemerkt, die Eintracht ist trotzdem nicht abgestiegen, also alles richtig gemacht, sage ich mal. Der Flur ist gebrochen. Der Flur ist gebrochen und jetzt brauche ich mir einfach nächste Saison, nächstes Eintracht Trikot und dann seit langer Zeit mal wieder mit Adidas. Wird spannend, aber spannend wird jetzt auch erstmal die nächste Saison mit oder ohne Trikot. Ja, ja, ich muss definitiv auch nochmal ein paar einkaufen gehen. Ja, brauchen wir wieder ein bisschen Ausrüstung im Kleiderschrank. Gut, ich glaube, dann sind wir mit den Sachen der Eintracht soweit durch. Ich glaube, über die anderen Sachen können wir dann auch in der Zukunft noch reden, wenn wir dann über die kommenden Spiele sprechen. Dann müssen wir uns auch irgendwann in naher Zukunft dann auch tatsächlich mit dem Thema der neuen UEFA Europa League auseinandersetzen. Marvin hatte es ja vorhin angesprochen, es gibt mehr Spiele, es gibt mehr Mannschaften, es gibt keine Gruppenphase, sondern eine Liga-Phase. Da werden wir uns dann in den nächsten Wochen mit auseinandersetzen müssen und mal auch drüber sprechen, welche Kandidaten denn da in den Töpfen sind, auf wen wir uns freuen würden. Und dann ist ja auch am 30.08. bereits die Auslosung, also generell 30.08. schon mal ein Datum, was viel Spannung bringt. Zum einen Auslosung für die Liga-Phase und auch Ende des Transferfensters in der Bundesliga. Also auf jeden Fall ein Datum, was ihr euch da schon mal in den Kalender schreiben könnt. Und dann werden wir uns in den nächsten Wochen mit den kommenden Spielen beschäftigen. Eintracht Braunschweig hatten wir ja schon gesagt, aber auch der Auftakt in die Bundesliga ist durchaus spannend. Wir starten am 24.08. auswärts gegen den BVB. Vielleicht ist es jetzt leichter geworden, nachdem ihr Top-Stürmer jetzt zu West Ham gewechselt ist. Mal sehen. Da werden wir dann aber auch in den nächsten Wochen intensiv drüber sprechen. Hättet ihr denn ansonsten noch ein Thema, was ihr heute in dieser großen Saisonvorbereitungsfolge besprechen wollt, besprechen müsst? Oder können wir das dann so Stück für Stück in den kommenden Wochen machen? Also ich bin auf jeden Fall mega heiß. Ich habe jetzt langsam wieder Bock auf die Saison. Ich freue mich auf das erste Aufeinandertreffen im Profibereich jetzt, wenn es da wieder losgeht. Also das heißt, das Spiel gegen Eintracht Braunschweig wird schon richtig knackig und dann die Folgewochen werden auch spannend. Ich glaube, wir treten potenziell gegen zwei machbare Gegner an, denn Borussia Dortmund hat ja gerade wieder ein bisschen Stress. Du sagst es, der wichtigste Stürmer ist gegangen, dann Misslintat. Da gibt es gerade wieder Uneinigkeit beim Dortmund. Dann ist es tatsächlich so, dass die TSG Hoffenheim auch momentan da Tabula rasa macht und viele Dinge da nicht mehr funktionieren und es viele Abgänge gibt. Das heißt, da treffen wir vielleicht zwei Gegner zum richtigen Zeitpunkt und wir besser eingespielt sind. Und ich würde tatsächlich aber die Frage nochmal ein bisschen zurückgeben, liebe Hörer und Hörerinnen. Habt ihr denn etwas, was ihr uns mitgeben wollt? Gibt es irgendwelche Akzente, die wir vielleicht mal neu setzen sollten? Wollt ihr vielleicht wieder mehr Kategorien hören? Dann sagt uns das doch einfach. Schreibt uns das. Ja, René hat sogar noch Twitter offen. Also insofern guckt man da auch mal wieder das eine oder andere mal rein. Also insofern ist es die Möglichkeit, oder bei Instagram zu schreiben, um dann auch mal Anregungen uns zu schicken. Wir haben ja vieles, was wir regelhaft machen, aber vielleicht ist die Rückkehr der einen oder anderen Kategorie für euch ja von Vorteil, wenn ihr da Bock drauf habt. Macht das, fragt uns einfach und dann sind wir mit Sicherheit einem offenen Ohr auf jeden Fall positiv gegenüberstehend. Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, den Marvin da anspricht und ja, wir gucken noch nicht ganz so regelmäßig, aber gelegentlich in Twitter rein, aber ansonsten sind wir auch auf den anderen Social Media Plattformen vertreten. Lasst uns einen Kommentar da, gebt uns Feedback, sagt uns, was wir vielleicht aufnehmen sollen, neu aufnehmen, vielleicht habt ihr auch coole Ideen für neue Kategorien, dann lasst uns das gerne wissen und dann sind wir da auf jeden Fall gesprächsbereit, sagt man, glaube ich. Gut, dann würde ich sagen, können wir mit knapper etwas über der Stunde diese Saisonvorbereitungsfolge beschließen. Wir freuen uns auf jeden Fall, liebe Hörerinnen und Hörer, dass ihr auch in dieser Saison wieder dabei seid. Falls ihr euch nochmal in alte Folgen reinhören wollt oder nochmal genau nachlesen wollt, wie ihr uns denn unterstützen könnt, dann könnt ihr das natürlich tun auf eintracht-podcast.de, da findet ihr dann auch alle künftigen Folgen und Shownotes und Möglichkeiten uns weiter zu empfehlen. Wir hoffen, ihr hattet bis hierhin eine angenehme Sommerpause und ja, jetzt geht's los in die neue Saison und wir bilden uns in der nächsten Woche in gewohter Art und Weise wieder. Bis dahin, macht's gut! Tschüss! 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 Hey, 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 hey Ich bin ein Mann, Mann, Mann. Hey! Hey! Ich bin ein Mann, Mann.